Hallo und herzlich willkommen mit meinem G-Tag heute zu einer neuen Mod-Vorstellung, die einfach nur zur Erfrischung der Playlist noch geht. Es werden noch ein, zwei Mods kommen, bei denen dasselbe ist und dann wird es dann anders werden. Aber heute geht es um den VW Golf Variant 2015, den habe ich auch über meine Facebook-Seite zum Download gestellt und wie ihr seht hat er hier eine Kennenlöchte bekommen, eine neue, die ich selbst erstellt habe. Ansonsten fahren Lenklicht mit Interieur, diesmal mit einem gescheiten Interieur beleuchtet und animiert. Skin war das ganze ebenso, ohne DLS 19 Materials. Aber ja. Ähm. Jo. So. Haben wir Licht? Mehr haben wir nicht. Blinker. Und falsch ist einige meinen, eh, tschitzack, vorhin sind die Blinker falsch. Ja. Kann sein. Da habe ich beim In-Gamen schon Blödsinn gemacht. Ich lasse das aber trotzdem so. Ja. Gibt es natürlich Tagfahrlicht. Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht. Ja. Und für alle, die sich jetzt fragen, was hat es mit dieser Rundum-Kennleuchte auf sich. Na ja. Kann ich noch eins dazu sagen. Das ganze Fahrzeug findet ihr im Shop Golf R-Variant. So. So schaut das ganze aus. Hat natürlich Fahrball. Ja. Man kann es in Shader deaktivieren. Hat Fahrball. Na. Dann hier in den Silber. Dann Polizei. Österreich. Deutschland. Feuer. Österreich. Deutschland. ÖAMTC. ADAC. Und dann halt noch Gemeinde Felsbrunn. Je nachdem was man halt haben möchte. Kann man sich hier verschiedene Tagfahrleuchten konfigurieren. Entweder nur die Außen. Oder Außen und Innen. Oder nur Innen. Das zeige ich euch auch gleich. Und dann habt ihr hier natürlich Flashlight. die Blitzsequenz Konfiguration. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann 1, 2, 3 in Orange. Und dann halt noch die Kennleuchte. die dann überall drauf passt. Ja. Kann man machen. Ist ja. Diese Kennleuchte. Diese hier. Ist heute selbst erstellt worden von mir. und ich habe sie als Doppelblitz Kennleuchte erstellt. Folgedessen kein LED Effekt, sondern Doppelblitz. Ja. Das schaut dann so aus. Wie ihr seht, die Blitzleuchte hat auch Rear Light. Genauso wie die anderen im Balken. Haben wir hier Rear Light verbaut. Endlich. Ne. Manche freuen sich schon. Haben schon lange darauf gewartet. Dass endlich mal Rear Light kommt. Ja. Dann kann man das natürlich auch machen. Ja. Dann auch in Orange. Und auch hier natürlich. Ja. Was gibt es da noch zu sagen. Und zwar. Die Tagverlichter. Haben wir einmal so. Dann haben wir sie innen. Da müsste natürlich dann beide sein. Genau. Ich mache jetzt mal geschwind. Nacht. So. Einmal außen. Einmal innen. Und einmal beide. Zusammen. Ne. Und das passt natürlich ebenso. Gut. gut. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.